Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ja jetzt wieder sehr erfrischend, was die Frauenbeauftragten der CDU und der FDP-Fraktion, Herr Lohn und Herr Witzel, hier beigetragen haben zur Debatte. Der eine, Herr Witzel, schafft es genau gar nichts zum Thema Frauenförderung zu sagen, sondern sich fünf Minuten lang über andere Dinge auszulassen. Da wissen die Frauen in Nordrhein-Westfalen, womit sie bei Ihnen sind, nämlich keine Frauenförderung, keine Quote. Und ich habe Ihnen ja auch schon öfter nahegelegt, vielleicht mal den vierten Gleichstellungsbericht, den vierten Bericht zum LGG zu lesen. Offensichtlich ist das nach wie vor nicht gelungen, denn sonst hätten Sie ja vielleicht mal was zur Sache gesagt. Aber, aber lassen wir das an der Stelle. Und nicht minder entlarvend waren ja die Äußerungen gerade vom Kollegen Lohn, der dann gesagt hat, und damit wäre die Frauenförderung vom Tisch. Ja genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, offenkundig scheint das Kern der Debatte zu sein. CDU und FDP möchten alles dafür tun, dass die Frauenförderung in Nordrhein-Westfalen vom Tisch ist. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und wir haben Ihnen das auch schon mehrfach inhaltlich begründet. Ich will es aber nochmal versuchen, wohl wissend, dass dieser Versuch vermutlich fehlgehen wird. Ich will es aber nochmal sagen. Kollege Lohn, die Anhörung zu Ihrem Gesetz ist ja bereits angesprochen worden. Und sowohl die Kollegin Kopperr als auch der Kollege Abel haben bereits darauf hingewiesen, dass die Sachverständigen in dieser Anhörung jetzt nicht gerade besonders in Lobbrudelei über diesen Gesetzentwurf ausgebrochen sind. Und auch die Verfassungsmäßigkeit an der Stelle durchaus in Frage gezogen haben. In der gleichen Anhörung ist allerdings auch Dr. Martin Heidebach als Sachverständiger gewesen. Und der führt Folgendes aus. Es muss ein verhältnismäßiger, möglichst schonender Ausgleich zwischen den beiden Verfassungsgütern gefunden werden. Und weiter sagt er, die Herstellung eines schonenden Ausgleichs zwischen den Verfassungsgütern, gemeint sind damit Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 33 Absatz 2, ist gerade Aufgabe des Gesetzgebers. Und dieser Aufgabe ist die Landesregierung nachgekommen und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das verfassungskonform ist. Und weiter führt er aus. Die Beschränkung des Artikel 33 Absatz 2. Und jetzt wird es interessant für diejenigen, die sagen, es gibt keinerlei Einschränkungen, keinerlei Schrankenwirkung für Artikel 33 Absatz 2. Er führt nämlich aus. Die Beschränkungen des Artikel 33 Absatz 2 durch kollidierendes Verfassungsrecht sind nicht lediglich theoretische Ideen, sondern waren und sind Gegenstand der Gesetzgebung. Hören Sie zu, Herr Witzel. Dann führt er ein prominentes Beispiel auf, und zwar die Hilfsmaßnahmen für Spätheimkehrer. Und dort ist die Grundlage dieser Gesetzgebung gewesen, dass man eben gerade den Artikel 33 Absatz 2 in einen Ausgleich gebracht hat zum Sozialstaatsprinzip und das eben verfassungsrechtlich gerechtfertigt und geboten ist. So, nun habe ich das nochmal versucht anhand eines anderen Beispiels deutlich zu machen. Mir ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass das wieder nicht gefruchtet haben wird. Aber ich erkenne ja auch in Ihrem Antrag, dass Sie ja gar nicht in allererster Linie uns angesprochen haben an der Stelle, sondern in allererster Linie richtet sich dieser Versuch Ihres Antrags, indem Sie sich auch wieder null inhaltlich mit der Frage auseinandersetzen und ja auch gar keine Angebote haben, wie Sie Frauenförderung aufstellen wollen. Sie richten sich ja mit Ihrem Antrag in allererster Linie an die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion und die haben Ihnen dann auch noch attestiert, dass das, was Sie hier machen, bloße Symbolpolitik ist. Also, krachender kann man doch nicht scheitern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind weiterhin der Auffassung, dass das der richtige Weg ist, denn Frauen und Männer müssen gleichberechtigte Chancen haben. Das ist verfassungsrechtlich geboten und danach haben wir gehandelt und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das der richtige Weg ist. Das ist doch wieder ein bereter Beleg, dass Sie nach wie vor gar nichts verstanden haben. Sie weigern sich konsequent irgendwas von dieser Frage des schonenden Ausgleichs. Aber ich gebe es auf und schenke Ihnen 45 Sekunden meiner Redezeit, denn die würden auch nicht reichen, um Ihnen das zu erklären.